Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen besinnlichen Runde zu wieder in Let's Intermezzo spielen mit Tetris! Ja, ich bin gut drauf. Ich habe mir vorgestern dieses Spiel bestellt. Ich habe es schon für einen DS und jetzt wollte ich es auch für die Wii haben, weil ich ja so gern Tetris spiele. Und dann muss ich jetzt Tetris spielen. Also fangen wir gleich mal an und drücken die Schweifel. Ich glaube, zu Tetris brauche ich so viel nicht zu erzählen. Jeder kennt das Spiel, jeder weiß, was es ist, jeder weiß, worum es geht. Also spielen wir jetzt Tetris. So und jetzt geht es gleich los. Ich habe auch sonst nichts anderes zu tun, oder? Nein, wir spielen jetzt Tetris. Oh nein, es ist so nervend und aufreibend. Es geht überhaupt nicht. Ich komme total an meine Grenzen und brauche schon mal den ersten Fehler. Oh mein Gott! Es ist so anstrengend! Ich kann nicht mehr! Der Grund, warum ich dieses Intermezzo mache, ist eigentlich nur, weil ich erst mal Tetris spielen möchte. Und der andere Grund ist, ich komme momentan bei Pokémon nicht so richtig weiter, weil ich keinen Bock habe, meine Pokémon zu trainieren. Alter, Stockkopf, ich will da ja so durchballern, wie es nur irgendwie geht. Und ich deswegen nicht wieder zu dieser ollen scheiß Natja komme. Weil mich immer vorher dieser Typie mit seinem scheiß Riggie-Eyes und... Riggie-Eyes, Aktos hatte, Typie ja, dann hatte er noch diese olle Minutik, was mir auch so gegen den Zeiger geht, wenn man ihn nicht sofort mit Donner trifft. Und genau, diese scheiß Kapaloris, wo er irgendwie keinem Traut gegen gewachsen ist. Der Typie nervt mich sowas von tierisch. Ich habe jetzt schon wieder dreimal... Quatsch, öfters. Wie oft? Weiß ich nicht. Hierfalls oft schon wieder versucht, da durchzukommen, aber ich komme da jetzt irgendwie nicht durch. Und damit ihr heute auch noch irgendwie was zu gucken habt, auch wenn es nur Tetris ist, es ist Tetris, hallo? Äh, da muss man leider irgendwie was machen. So, jetzt tut mir hier mal ein bisschen ordentlich bauen hier, das geht ja gar nicht. Ich bin schon durch die halbe Möbel-Möbel-Möbel. Die Tiere müssen... Oh Gott, er ist da falsch rum. Aaaaaah! Ich hab's nicht im Griff. Hallo, es ist Tetris! Die Blöcke haben eigenen Kopf, die machen was sie wollen! Die sind doof. Bäh. So. Du passt mir jetzt gar nicht im Kram, du gehst mal schön... Nein, du sollst doch dazwischen gehen, du blödes Scheiß-Ding hier! Aaaaaah! Ich glaube, ich bin nicht eine der Einzigen, die bei Tetris aggressiv wird. Nein, es gibt Leute, die werden richtig aggressiv bei Tetris, wenn was nicht klappt, so wie es soll. Aber eigentlich bin ich ziemlich gechillt, wenn ich Tetris spiele. Nur irgendwie heute bin ich leicht aggressiv. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich nebenbei aufnehme. Ich weiß es nicht. Meine Katze läuft hier schon wieder, aber ein Schreibtisch, das ist nicht gut. Ne, wo geh vor dem Schreibtisch runter? Setz dich auf meine Schoße oder so? Oder guck mal beim Tetris-Spielen zu? Versuchst wieder die Blöcke zu fangen? Ich kenn dich doch. Ne, macht sie jetzt nicht, aber manchmal tut sie das. Oder sie geht hinter dem Fernseher, auch gut. So. Dann machen wir so und dann machen wir so und dann machen wir so und so. Dieses Spiel ist eigentlich gegen das Original-Tetris ein Witz, weil bei dem Original-Tetris hat man sogar Punkte gekriegt, wenn man die Blöcke so und boom, runterknallt. Klingt man hier nicht. Warum nicht? Warum haben die das rausgenommen? Man kann sogar ohne rein Punkte machen. Das ist so doof. Ah, du bist auch doof. Das fehlt mir hier ein bisschen. Gehen einem so viele Punkte durch die Lampen. Das ist doof. Ich find das doof. Wolltest du mal gesagt haben. Was soll ich damit? Nein! Scheiße! Echt, man darf nicht einmal irgendwie falsch gegen den Cursor kommen. Das ist sehr empfindlich, das Spiel. Das ist sehr empfindlich. Und man sieht, was das dann wird. Wenn man einmal... Ah! Ihr wisst, was ich meine. Wenn man einmal falsch den Block absetzt, dann ist alles hinüber. Alles! Hier die Welt unter. Die Tetris-Welt. Ganz Moskau steht da im Kopf. Ja. Boom. 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 Ich hab keinen Boom gemacht. Okay. Okay. So. Da hin. Da hin. Da hin. Und du kommst dann da hin. Und da rein. Und da hin. Und du bist der Falsche. Ich brauch den anderen! Mann! Ja, ich weiß. Ich bin oben an der Grenze. Ich brauch einen ordentlichen Block hier. Ja, ja. Ist ja gut. Ich muss nicht so viel Loom durch spielen. Das ist der Falsche! Gott! Ihr seid doof. Ihr wollt mich umbringen, oder? Wie seht's euch an? Ihr wollt mich umbringen. Das passt jetzt alles nicht mehr. Das finde ich doof. Äh. Hallo. Wow! Eine Reihe! Ich geh da nicht rüber. Du passt dann nicht. Diese Falsche! Oh! Blödes Spiel. Ich war zufrieden. Du gehst da rein. So. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Und du gehst jetzt da rüber. So. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst bloß nicht aufgeben! Ich kann noch gewinnen! Ich krieg das noch hin. Und das ist der Falsche! Blödes Spiel! Ich krieg dich noch klein! Das war schlecht. Nur mal so angemeldet. Das war schlecht. Ich sollte vielleicht ein bisschen konzentrierter spielen. Das würde vielleicht einiges erleichtern hier. Ich finde auch diese tolle Vorgabe, wo der Block unten hinfällt, dass es an ist. Das finde ich toll. Ich mach das eigentlich sonst mal aus. Weil jetzt brauche ich nur nach unten zu gucken, wo der Block hin hin muss. Das kann man irgendwo ausstellen. Irgendwo eine Option. Irgendwo geht das. Äh, wie? Die Musik würde ich jetzt den ganzen Tag aufgebaut haben. Ich finde aber blöd, dass man den alten B-Typ hier nicht mehr einstellen kann. Also den B-Typ-Busy. Das kann ich nicht richtig summen, weil das hier wirklich mit anderen total... Denfalls war es im Original, hier ist das immer drin und das braucht nicht so viele, weil das so viel Schwung hat. Ups. Das ist der falsche! Du kriegst immer die falschen Blöcke. Das macht das Spiel mit Absicht. Ich hab das schon. Das will mich kaputt machen. Das will mich zermürben, dieses Spiel. Echt, ich hab das schon wieder hier. Das ist ja eine tolle Schauerei. Wieso krieg ich den Block auf euch, den ich hätte drehen müssen, weiß ich nicht. So. So. Ha! Du Spiel willst mich fertig machen? Ich mach dich fertig! Alter Scheißspiel! Scheißspiel, sorry. Ich liebe Tetris. Tetris ist auch das allererste Spiel, was ich jemals hatte gespielt habe. Auf einem guten alten Gameboy. Da gab's so ein Gameboy-Pack mit... Da war Tetris Team, da war... Was war da noch drin? So komisches Motorrad-Dingens-Spiel war da noch mit drin, glaube ich. Hier, genau. Und Quirk war da drin. Quirk ist auch cool. Das ist so mit Blöcke drin, dass man sich da irgendwie durchzwiebeln kann. Wer Pokémon Rubin hat und man eben sich kurz an die Arena erinnert, so mit Blöcke so verschieden, dass man da irgendwie durchpasst. Das ist auch ganz witzig. Aber Tetris war das erste, was ich reingeschmissen hatte. Hat mir damals doch nix gesagt, was das ist. Aber egal. Ich hab's gut vor. Tag und Nacht. Ist ein Kultspiel. Man liebt es. Einfach, weil's Tetris ist. Hammer. Nee, ich will da nen T reintun. Gib mir nen T! Yay! Nein! Ich hasse dich! Du scheiß Spiel! Ach, diese Cursor ist echt empfindlich. Die Steuerung. So. Du kommst da rein, kommst da rein. Du kommst du noch da rein, du kommst da rein, du kommst da hin. Jetzt hab ich mir was verbaut, das ist super. Ich hör mal. Zack! 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 Pam! Pau! Puff! Tau! Ja? Tetris. Tetris ist ein totales Gewaltspiel. Alles abgeschossen, ja. Die Glitzer zu füllen. Wetter, die Füllen, das Glitzer. Ich finde auch diesen Hintergrund total unsinnig. Von dem Vulkan nach Feuerspruch. Aber beim Spielen achtet man da gar nicht drauf, dem ist das scheißegal. Obwohl es gibt einen Hintergrund hier, den könnte ich killen, weil er so dermaßen nervt. Und das ist der Hintergrund, den man standardmäßig hier drin hat. Das ist nämlich der schöne, der schöne, äh, wie ist das? Der, der Kreml. Genau. Der Kreml ist da, ist mit Feuerwerk und jedes Mal, wenn man ein neues Level erreicht, erstmal BOOM 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 Feuerwerk bis zum Abwinken. Oh Gott. Ich krieg jetzt mal die Krise. Es lenkt total ab. So. Warn frei, hier komm ich! Pups! 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 Poing! So. Ich muss mal wieder ein bisschen gechillter hier, ne? Ich muss mal hier ein bisschen reinbauen hier so. Ja, so und so. Nein, das weiß ich nicht mehr. Du bist doof. Du passt hier nirgends hin. Du auch nicht! Hi! Warum hab ich da jetzt ein Loch? Ich hab keine Ahnung. Ich würd den gern da reinschieben, geht das? Ah! Das ist Tee! Bam! Ich hab mich langsam echt konzentrieren. Ich hab mich schon die ganze Zeit konzentrieren tun. Ich hab mich schon die ganze Zeit konzentrieren tun, aber nicht. Ach, Tetris spiel ich im Schlaf. Bam! 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 Oh nein! Oh nein! Ich werde verlieren! Natürlich werde ich verlieren. Das hat Tetris so an sich, dass man irgendwann verliert. Irgendwann verliert man ja immer. Ich sollte nicht mehr runterdrücken, weil dann kommt der nächste Block zu schnell. Da weiß ich gar nicht, wohin damit. Nee nee nee, das ist nicht gut. Das gescht gar nicht gut. Wie ist es schon so leid, abzudenken? Dann muss ich das nicht auch noch so machen. So. Das ist noch nicht so viel, jetzt sind wir beim Nyaung. Hallo, kannst du mal da... Aggressiv! Schluck das, Tetris! Und das! Und hier! Oh ne, jetzt war ich es mal. Stopp, der Kackblock! Du bist falsch rum! Den muss da rein! Genau! Dann kriegst du den hier noch hinterher geschissen und den da rein und den hier hin und den dort hin und der da hinten rein und der hier rein! Take this! So, jetzt werden wir alle ein bisschen gechillter wieder. Ein bisschen. Scheiß Block! Es ist blöd, wenn die nicht so wollen, wie ich will. Geht da rüber! Geht da rüber! Irgendwann wird das Spiel auch nicht mehr. Verdammt! Hier ist aber Nyaung! 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 Alter, ihr verkackten Blöcke, ihr wollt mich alle fertig machen. Das hat doch nichts anderes im Sinn, als mir den Kopf zu verdrehen hier. Ich verdrehe euch gleich selber den Kopf. Das Spiel hat ja sonst nichts mit Drehen zu tun. Nyaung! Da rein und da hin und da hin und da! Ah ja, da! Komm, einen kriege ich noch! 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 Mist, verdammt! Scheiße! Mist, ich hab's verkackt! Komm, einen machen wir noch! Das ist aber Schluss! Oh, das ist mir so aufgekriegt! Guck mal! Bullock! Oh, noch ein Bullock! Und der ist lang und das ist ein L und das ist ein anderes L und das ist ein Z und das ist ein S und das ist ein T. Ja. Ich glaub, die Blöcke hatten auch alle unterschiedliche Namen. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Müsste mal jetzt mal einen Kuchen kriegen. Nee, nicht jetzt. Jetzt hab ich keine Zeit. Jetzt muss ich Tetris machen. Bam! Pow! Tag this on Spiel! Den wollte ich da gar nicht hinsetzen. Nein! Ähm! So! Und du kommst da nochmal rein! Zon! 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 Nein! Ah! Döde Spiel! Ich hab das Gefühl, alle Spiele der Welt hassen mich. Alle wollen sie mir was ausfischen. Was hat das Spiel hasst mich? Wohin damit? Zopp! 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 Ha! Huchstaberei! Ich hab ein Türmchen geballt! Guck mal! Oh! Guck mal! Guck mal! Ist ja noch höher geworden! Wo soll ich damit hin? Bam! Wo soll ich damit hin? Ups! Falscher Knopf! Scheiße! Ah! Das macht so viel Quatsch! Nein! Oh! Hab ich jetzt was zum abbauen? Ist ja noch Level 3. Dann geht das ja noch. Ich hab... Diese scheiß Corsa ist sowas von empfindlich. Präzisionsarbeit. Wumm! Was mach ich da jetzt mit? Ich weiß es nicht. Ich mach das jetzt so. So! 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 Zack! 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 Schack! 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 Und Schack Morus! Zack! Und der Blub muss dahin! Check! Zack! 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 Ich will jetzt nicht wieder auf meinen Kopf rauskriegen. Also jetzt, wenn ich tot bin, werde ich dieses Dinosum. Ah! Mein! Es hasst mich. Solche alle Spiele, die hassen mich. Alle! Und dann kriegt man Blöcke, die nicht passen. Was soll das? Geht auch rüber, verdammt so. Geht auch rüber, geht es da rein. Ja, ich war nix. Ich fang nochmal an. Ich will noch einen ordentlichen haben hier. Ich bin nicht zufrieden. Nur weil dieser scheiß Cursor manchmal nicht das wach, was man will. Das Steuerkurs ist mir auch persönlich zu klein. Nein, ich habe keine fetten Finger. Ist ja gut. Ist ja gut! Hier kriegst du noch einen. Warm. Aber das Steuerkurs ist mir einfach nicht zu klein. Bam, bam. Aber die Möglichkeit hat es mir überlegen, sollte man es ausnutzen. Bam. Bam, bam. Stapel! Yay! Stapelspiel, Stapelspiel. Und es ist nicht jetzt sowas von... Yay! Let's play the tutors. Was hab ich da jetzt mit? Was hab ich da jetzt schon wieder mit? blöder block ist genauso blöd ich möchte das ist ein toller turm das ist ein sehr schöner turm die falschen genau so ein weil ich habe so da rein ich habe dich nicht so tragisch du bist falsch was auch immer das heißen mag ich habe keine ahnung spannungen perpektion so jetzt mal wieder ein bisschen ernster hier ne wir müssen das hier auch alles ordentlich machen ne damit das hier alles funktioniert so reibungsloser ablauf wahnsinn bis jetzt reibungslos ablauf ist gut ich hatte eben gerade voll probleme bieb 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 ich brauch gar nicht drehen haa noch ich mach das alles ohne drehen das nennt man skill titris spielen ohne zu drehen da muss man echt schweine haben mit den steinen zack 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 und jetzt bau titi 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 titris nonsens titris titris ist nicht grad spiel wo man viel labert aber ganz viel quatsch machen kann weil man ja einfach wieder ist super und den wollte ich darüber haben ja was manchmal nicht alles passt so wie es soll das ist wirklich doof das hat viel scheiß gemacht was ist der Fall hier ich kann schon fünf blöcke vorausschauen und war es trotzdem mir falsch mal wieder ein bisschen abbauen hier so was da rein und der passt da rein und der da oben drauf und der da drin und der da drin und der da drin und ba So muss das sein und nicht Andreas. Ach, ich wollte ja das Ohr noch umdrücken lassen. Nicht trotzdem. Wenn man eine Reihe macht, dann hat man kurz einen ganz kleinen Augenblick länger Zeit, als wenn man nicht noch hochmacht. Also wenn man danach keine Reihe macht. Oh mein Gott, das ist so spannend! So, jetzt sind wir total Nervenaufwalten. So. Pieck! Und pieck! Ich pieck dich noch und dich pieck ich noch! Irgendwie fliegt ein Stein hier. Och weee! Steine am Kopf zu kriegen, gerade wenn es so ein Tiefelstein ist. Doch, weh. Weiß es nicht, ich hab auch nicht einen Tiefelstein am Kopf gekriegt. Nein, der passt nicht. Langsam wird es ein bisschen schwierig. Auch nur ein bisschen. Ich wusste nicht, wohin der mit. Lass mal einfach runterfallen. Dahin. Dahin. Jetzt müssen wir alle rein mitkriegen, die wir mitnehmen, die wir kriegen können. Mitkriegen, die wir nehmen können. Okay. Egal. So. Jetzt ist hier nichts mehr groß mit Tetris machen und so, oder? Das ist vorbei, ne? Das ist schon klar, ne? Da, da, da. So. 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 Gott, ist das anstrengend. Da sollte der nicht hin. Das sollte der auch nicht hin. Geht doch einfach nach Hause, hier. Gott. Ah, es nähert sich dem Ende. Ich sehe es schon kommen. Vielleicht bei uns so einen Scheiß mach hier gerade. Voll so. Anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich auf die Lippe sage. Nein, 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 nein. Oh Gott. Zum Schluss kann man diese langen echt nicht gebrauchen. Die kann man anders hier verbauen. So ist das ganz schlimm. So. Den auch dahin und den dahin und den... Äh, wieder oben rauf. Oh, Mann. Ich weiß, dass ich kurz mal abkacken will. Aber ich will es nicht wahrhaben. Du machst mich nicht fertig, du... Oh, scheiße. Das ist nicht noch ein langen. Noch ein langen. 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 Gut, das hat sich jetzt auch ausgelangt. Da. Äh, ich habe jetzt ein Problem. Das hilft mir jetzt auch nicht wahr. Ich habe verloren. Ja, man muss auch verlieren können. Aber nicht bei Tetris. Das glück nicht. Ziel ist es, dich zu verlieren gegen dieses Spiel. Jo. Dann danke fürs Zuschauen bei diesem nerven-aufreibenden Spiel. Tetris. Ich muss jetzt was essen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht schnell das mit den Pokémon fertig kriege. Ich glaube, ich mache noch zwei Areale davor, damit meine Pokémon trainiert werden. Und damit ich dann, dass ich endlich hinkriege, gegen diese blöde Nadja zu kämpfen. Und dass ich dann endlich mal gewinne. Ob ich Sturkopf will das ja nicht. Okay, mal sehen, wie ich das mache. Ebenfalls wird das noch ein bisschen sauer, bis das kommt. Vielleicht spiele ich dann nochmal Tetris. Ich weiß es nicht. Also, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.